So, wer hat recht? Aristoteles oder Newton. Aristoteles sagt, wenn der Oxy zieht, gibt es eine Kraft und dann bewegt sich der Karn, hört auf zu ziehen. Dann gibt es keine Bewegung mehr. Newton sagt was anderes. Wenn eine Kraft auf die Rakete wirkt, dann wird sie schneller. Interessant ist fast, wenn keine Kraft wirkt, gibt es nämlich zwei Fälle, also keine Kraft. Und die Rakete ruht, dann bleibt sie in Ruhe, dann bleibt sie, wo sie ist, keine Kraft, logisch. Und B, wenn die sich schon bewegt hat und es wirkt keine Kraft, wird sie sich geradlinig mit konstanter Geschwindigkeit immer weiter bewegen. Das heißt, der Newton geht davon aus, machen wir sie mal weg, so, Texte brauchen wir auch nicht mehr. Also, wenn die sich schon bewegt und ich möchte, dass sie langsamer wird, brauche ich wieder eine Kraft, so eine Bremsrakete, die dann nach vorne geht. Und dann wird sie langsamer. Oder wenn ich so eine kleine Seitenrakete habe, dann wird sie auch eine Kurve machen. Aber solange diese Kräfte nicht wirken, ja, alle Kräfte weg, bewegt sich immer gleichmäßig weiter. Klingt ja logisch und schön, würde man sagen, der Newton hat recht, aber im Alltag habe ich doch das Gefühl, dass der Aristoteles auch nicht ganz Unrecht hat, weil, wenn ich in die Schule radle, dann habe ich hier so eine Kraft, F gleich 20 Newton nach vorne. Und wenn ich aufhöre zu treten, dann komme ich nicht an. Also diese Rakete, die da immer weiter fliegt, das erlebe ich im Alltag nicht. Was Aristoteles nicht reingedacht hat, war die Reibung und die geht nach hinten. Ja, Reibungskraft und das ist jetzt minus 20 Newton nach hinten. Die heben sich auf, das heißt, plus 20, minus 20, das ist im Endeffekt 0 Newton. Und zwar immer, also ich habe keine Kraft, wenn ich mit konstanter Geschwindigkeit fahre. Ich bin also mit meinem Radl, konstante Geschwindigkeit, hier, ohne Kraft. Damit ich schneller wäre, muss ich hier die 20 auf 30 hochbringen, dann werde ich schneller. Und wenn ich die Reibung erhöhe, zum Beispiel indem ich die Bremsgriffe betätige, dann werde ich langsamer, dann ist die Reibung langsamer. Aber wenn die sich exakt ausgleichen, dann habe ich 0 Newton, dann habe ich die Rakete ohne Triebwerk. Ja, ist so. Und aus dem Grund hat er hier recht gehabt. Der Aristoteles ist aber trotzdem ein sehr genialer Mensch, weil er einer der Ersten war, der überhaupt über sowas nachgedacht hat, das aufgeschrieben hat, das diskutiert hat und damit die ganze Physik so in Schwung gebracht hat.